Hallo und recht herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist mir eine Freude, dich wieder begrüßen zu dürfen und worum wird es heute gehen? Heute gibt es wieder ein kurzes Video und zwar zur Navigationsserie und da werden wir uns mit dem UTM REV beschäftigen. Was das ist, wofür man das braucht, darum wird es jetzt gehen und wenn ich das interessiert, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Fön Ruppert, ich bin normalerweise in Deutschland unterwegs, aber wie du siehst, da sind keine deutschen Wälder. Ich bin auf einer Schweden-Tour hier und da bin ich gerade in so einem Gebiet, wo am laufenden Meter diese Schluchten mit Bächen und jede Menge Moose ist. Ein herrliches Teil. So, wenn du das erste Mal auf meinem Kanal bist, dann ein ganz herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Und vor allen Dingen, wenn dir das Video gefällt, denk dran, gib mir einen Daumen hoch und es würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst als kleines Dankeschön. So, und jetzt, wollen wir nicht lange schnacken, UTM REV. UTM REV, das ist oder das MGRS, das ist das Military Grid Reference System, also oder Reference Grid System. Das MGRS, das ist ein vorwiegend von militärischen Organisationen, also Bundeswehr, NATO und so weiter, genutztes Referenzsystem und das teilt den Globus eben in Planquadrate a 100 mal 100 Kilometer ein. Das ist für deren Bedürfnisse genau das Richtige und da haben sie eben eine bestimmte Nomenklatur. Das heißt, der gesamte Erdball ist in solche Zonen unterteilt, 31, 32, 33 und so weiter. Das werde ich ja später bei den UTM-Koordinaten auch sehen, 32 U zum Beispiel oder in Schweden 32 V. So, und jetzt habe ich innerhalb dieser Bände, habe ich jetzt letztendlich eine X- und eine Y-Koordinate und das sind Buchstaben. Und diese Buchstaben wiederum, die haben die Besonderheit, dass kein I und kein U verwendet wird, damit man es eben nicht mit 1 und 0 verwechseln kann und sind einfach durchnummeriert. Also du hast dann eben diese Zone, dann hast du die zwei Sachen, zum Beispiel 32, MD oder wird auch immer, hast du da diese Buchstaben. Und innerhalb dieser Planquadrate hast du dann wieder auf Kilometerbasis die Koordinaten, sodass du da eben sozusagen auch wieder einen Ost- und Nordwert hast. Und damit ist eigentlich das UTM-Rev auch schon größtenteils erklärt, weil wesentlich mehr ist es nicht. Das ist, wie gesagt, diese 100 mal 100 Kilometer Einteilung in Bändern, die Koordinaten mit den Buchstaben innerhalb dieser Bänder. Und das UTM-Rev, das ist die Basis für das UTM-Koordinatensystem. Aber das mache ich in einem extra Video. Und jetzt werde ich mich mal hier weiter hoch machen, weil ich bin nämlich noch schwer auf Achse hier. Ich möchte unbedingt diese Gegend noch ein bisschen weiter hier erforschen und mal gucken, was hier los ist. Und ansonsten, falls dir dieser kleine Hinweis gefallen hat, denk dran, Daumen hoch, Abo dalassen. Und wenn du weitere Fragen hast zu so einzelnen Begriffen, dann schreib es doch bitte runter in die Kommentare. So, und ich glaube, das war einer meiner kürzesten Videos überhaupt. Aber, wie gesagt, UTM-Rev, jetzt hat man den Unterschied zu UTM-Koordinaten. So, und jetzt bleibe ich mal weiter. So, und jetzt gebe ich mal weiter. So, ich hoffe, ich gebe euch mal weiter. Not раз 달라 runa. Und du? Ich hoffe, es will auch bei mich.